Die Welt wurde und wird von vielen Spezialisten geprägt. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden sind es diese Experten, die Grenzen überwinden. Oder mit ihren Innovationen unser Leben bereichern. Spezialisten kümmern sich um Großes, Kleines und oft auch um ganz Alltägliches. Kurz, sie sind für uns unverzichtbar. Spezialisten finden sich nicht nur unter uns Menschen, sie prägen das gesamte Leben auf diesem Planeten. Was aber macht einen Spezialisten so erfolgreich? Dafür gibt es nicht nur einen Grund, sondern mehrere gute Gründe. Wissen und Erfahrung gehören dazu. Hof ist fachlicher Marktführer, weil der Fokus des Unternehmens ausschließlich auf individuellen Gefriertrocknungsanlagen, Be- und Entladesystemen sowie Einfrier- und Auftaugeräten liegt. Hof ist technologischer Vorreiter. Die zertifizierten Ingenieure, Techniker und Berater wissen genau, welche Anforderungen in der Pharmazie und Biotechnologie erfüllt werden müssen. Diese konzentrierte Kompetenz gibt den Kunden von Hof Sicherheit im Produktionsalltag. Zu den erfolgreichen Neuentwicklungen von Hof gehören unter anderem innovative Beschickungssysteme, die pharmazeutische Produkte und Primärverpackungen sicher, optimal und integriert transportieren. Der Einsatz von natürlichen Kältemitteln oder die Steuerungsintegration von modernsten Messsystemen wie NIR und Massenspektrometern sind weitere Beispiele für die Innovationskraft und Spiegel der Bereitschaft von Hof, auch neue Wege zu gehen. Bei allem Willen zum Neueren und Besseren darf die Qualität nicht leiden. Und dass auf Hof hier Verlass ist, wissen vor allem die Kunden von Hof. Hof setzt auf höchste Qualität in allen Schritten. Von der Konzepterstellung über die ausgereifte Planung bis zur gewissenhaften Produktion. Die Anlagen überzeugen deshalb ausnahmslos in Qualität und Zuverlässigkeit. Warum ist das wichtig? Weil im pharmazeutischen und biotechnologischen Umfeld Qualität und Zuverlässigkeit genau die Parameter sind, die entscheiden. Das gilt besonders für Sterilität und Reinheit. Und der hohe Wert der Chargen und das vorgegebene Produktionsraster erfordern einen absolut reibungslosen Ablauf. Bei Hof bestimmt nicht die Technik das Produkt, sondern die Produkteigenschaften bestimmen die Technik. Modernste Technologien in den Anlagen und Systemen werden eingesetzt, um exzellente Ergebnisse so zuverlässig und so effektiv wie möglich für die Kunden zu erzielen. Zu diesen Technologien zählen zum Beispiel der Einsatz von PAD-Sensorik, Vakuum-Isolation und ein neu entwickeltes Verfahren zur kontrollierten Nukleation. Ein eigenes Ersatzteillager mit mehr als 60.000 Artikeln sorgt dafür, dass die wesentlichen Ersatzteile für alle Anlagen jederzeit und schnell verfügbar sind und dadurch die Stillstandszeiten so kurz wie möglich gehalten werden. Die Experten von Hof konstruieren, fertigen und transportieren die Systeme. Sie bauen sie auf, nehmen sie in Betrieb und qualifizieren sie auch. Reibungsverluste werden so ausgeschlossen. Im Servicefall ist immer ein Mitarbeiter erreichbar. 24 Stunden täglich und an 365 Tagen im Jahr. Spezialisten sind immer auf der Suche nach der besseren Lösung. Sie suchen nach dem kürzeren Weg, nach der neuen Perspektive und nach neuen Techniken. So wie Hof. Dazu haben die Menschen bei Hof das nötige Rüstzeug. Wissen, Erfahrung und die Motivation für Qualität, Sicherheit, Service und Nachhaltigkeit zu sorgen. Das alles macht Hof zum Spezialisten. Genau gesagt, zu dem Spezialisten für individuelle Lösungen.